So schalten Sie in einer bestehenden Liste die Nummerierung für einen Absatz aus. Klicken Sie zuerst in den Absatz und dann auf das Symbol Nummerierung. Word hat die nachfolgenden Nummern automatisch aktualisiert. Im zweiten Beispiel soll die Nummerierung beim Gemüse wieder mit Nummer 1 beginnen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste mitten in die Tomaten und wählen Sie Neu beginnen mit 1. Im dritten Beispiel soll Word weiterzählen und nicht mitten in der Liste wieder mit Nummer 1 beginnen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in den Absatz mit der falschen Nummer 1 und wählen Sie Nummerierung fortsetzen.